Was geht? Ich bin Noah von Template und ich werde euch heute zeigen, wie man diese soften, crispy Signature-Vocals wie Reezy bekommt und vor allem den Secret-Sauce-Signature-Delay-Effekt, wie ihn zum Beispiel von Travis Scott oder Ryn auch kennen könntet. Das Endergebnis klingt dann so. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Damals hab ich meine F*** Like gerne, wenn euch sowas weiterhilft und würde uns natürlich auch freuen, wenn ihr einen Subscribe da lasst. Fangen wir an mit der Chain, EQ Nummer 1. Natürlich ist hier auch noch ein Pitcher drauf, also ein Autotune, aber das ist jetzt nicht so relevant, da wisst ihr wahrscheinlich, wie man das einstellt. Also EQ Nummer 1. Mit dem ersten EQ habe ich grundsätzlich erstmal sehr viel gecuttet. Diese Reezy Vocals sind vor allem untenrum sehr dünn, aber wirken am Ende gar nicht so. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall erreichen. Dafür müssen wir trotzdem sehr viel im Bassbereich natürlich und in den mitten, unteren Mitten rausnehmen. Das Ganze machen wir grundsätzlich untenrum mit breiteren Bändern, weil da kann ruhig mehr raus und breitere Bänder klingen erstmal natürlicher. Die Bandbeit in diesem EQ seht ihr hier unten so ein bisschen. Das ist halt dieser Regler. Hier sieht man, wie es sich so verändert. Eng und breit. Ich mache einfach mal alle anderen Effekte aus, beziehungsweise ich zeige euch sowieso mal, wie das vorher klingt. Auch die Effekte aus, die Ad-Libs, die Backings, die Doubles. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Das war jetzt nur mit dem ersten EQ und ich fahre hier nochmal rein, wie diese einzelnen Problemfrequenzen hier klingen, damit ihr wisst, warum ich das rausgenommen habe. Dafür mache ich auch nochmal den Beat aus. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse. Bass, Room Rumble da unten brauchen wir sowieso nicht. Kann viel raus. Dann hier so bei 400 Hertz ist oft so dieses Räumliche. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse. Sehr dröhnig und lässt die Stimme vor dem Beat, über dem Beat erscheinen. Wundert euch nicht, warum ich hier 2,5 Kilohertz und hier 1,6 Kilohertz, also quasi wieder rückwärts gegangen bin. Ich habe das zuerst gefunden und danach habe ich die Frequenz hier rausgenommen. Also macht keinen Unterschied. Also 2,5 Kilohertz, das ist so dieser mittlere bis höhere Mittenbereich, wo es so sehr, ja, so kreischig ist. Ihr werdet es hören. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das... Das ist dieses sehr scharfe, was wir unbedingt bereinigen wollen. Weil Reezy Vocals ja sehr weich sind und sehr warm wirken und das macht das Ganze eher ein bisschen kühler und stechender. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Dann eben diese 1,6 Kilohertz, das ist auch so ein Kreischen, ein bisschen da drunter. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das... Bei all diesen Mitbändern muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht zu viel rausnimmt, weil dann nimmt man die ganze Power der Stimme und auch die Verständlichkeit. Also es wird sehr schwach einfach. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Dann haben wir 3600 Hertz hier. In diesem Bereich befindet sich die Pain Frequency oder mehrere Pain Frequencies auch. Die heißen so, weil die einfach wirklich wehtun im Ohr. Wir können das mal hier machen. Also hier habe ich sie bei 3,6 Kilohertz gefunden. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Also es ist wirklich so ein Fiepen, auch so ein Pfeifen fast schon. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das... So ungefähr. Ich habe dann hier aber auch schon mal ein bisschen was geboostet, weil Reezy Vocals ja eben auch dafür bekannt sind, so sehr crispy und luftig oben in der Presence zu sein. Und bei 5000 Hertz liegt so die Verständlichkeit. Das heißt, hier bin ich schon mal so ein bisschen rein. So 3 dB. Wir hören mal, was ich damit meine. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Damals habe ich meine Freizeit geopfert, wir haben gefeiert. Also wenn wir zu viel boosten, hört man schon, dann kommen diese Schs und Schs auch sehr doll durch. Es wird sehr scharf. Das heißt, hier nur so ein bisschen, aber es wird halt deutlich verständlicher. Ganz oben, so ab 8000 Hertz ist so diese Presence, dieses luftige. Da haben wir auf jeden Fall auch schon ein bisschen was reingedreht. Wichtig ist dann gleich, kommen wir dazu zum Die-Essen. Aber ihr hört erstmal, wie das schon das Ganze aufhält. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Ihr hört, die Esslaute tun schon weh, da kümmern wir uns gleich drum. Aber es bringt einfach schon mal diese schöne, ja, luftige rein. Kommen wir jetzt auch zu Die-Esser Nummer 1. Gerade weil wir eben so viel in den Höhen boosten wollen, beziehungsweise das Ganze so crispy machen, ist es sehr wichtig, die Esslaute gut unter Kontrolle zu bekommen, weil die können später super stören. Das Band hier oben ist, was de-est wird. Also ab 4000 Hertz schon, sage ich dem Die-Esser, dass er alles, wenn es einen Threshold überschreitet, ducken soll, leiser machen soll. Ich mache das ab 4000 Hertz schon, weil da auch oft so Schss und Schss sind, die normalerweise mit einem Die-Esser, der so ab 6000 Hertz anfängt, nicht richtig mitgenommen werden, also leiser gemacht werden. Deswegen fangt ruhig ab 4000 Hertz schon an und alles, was da drüber ist, wenn Esslaut kommt, wird leiser gemacht. So, wir hören einmal rein mit dem Die-Esser. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Hören wir hier die Stelle, das ist wirklich zu viel, da hört man es immer gut. Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Zwar ohne. Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Und mit, also schon viel angenehmer. So können wir jetzt weitermachen mit den Höhen, die gut behandeln, ohne dass Esslaute stören. Dann kommen wir auch schon zum EQ Nummer 2. Hier haben wir jetzt erst so einen richtigen Low-Cut gemacht, wie ihr den wahrscheinlich kennt bei Vocals. Der ist hier bei 122 Hertz. Hierzu eine ganz wichtige Sache, die oft nicht beachtet wird. Warum auch, wenn man es nicht richtig weiß. Und zwar ist dieser Low-Cut ja hier bei 122 Hertz, aber er senkt trotzdem auch Frequenzen ab. Hier da oben links sieht man es wieder. Hier sind wir bei 190 Hertz. Hier fängt es schon an, die Kurve runter zu gehen. Obwohl der halt eben bei 127 Hertz ist es, glaube ich, genau. Das liegt an der sogenannten Slope oder an der Flankensteilheit. Bei FL ist das mit diesen Punkten hier oben gekennzeichnet. Die kann man so ziehen. Jetzt ist es sehr steil. So ist es eine sehr weiche Flanke. Ihr seht den Unterschied. Und normalerweise ist das in Zahlen gekennzeichnet. Also sehr weich. Das sind meistens 6 dB pro Oktave, die dieser Low-Cut mit der Kurve reduziert. Also erstmal muss man verstehen, was eine Oktave überhaupt ist. Ihr kennt es aus der Musik wahrscheinlich. Oktave ist einfach 12 Halbtöne drüber oder drunter. Und dasselbe ist halt übertragbar in die wirkliche Physik von der Oktave, in den Frequenzbereich. Und zwar ist eine Oktave immer das Doppelte einer Frequenz. Also wir gucken uns mal an hier oben links. Seht ihr es wieder? Gehen wir mal auf 60 Hertz. Die Oktave von 60 Hertz ist 120 Hertz. Und wenn wir jetzt bei 120 Hertz mal gucken. Hier sind wir bei minus 6 dB Gain Reduction. Seht ihr auch oben links im Bildschirmrand. Also minus 6 dB. Und bei 60 waren wir bei minus 12 dB. Das heißt, das ist jetzt eben eine Flankensteilheit von 6 dB die Oktave. Weil 6 dB die Oktave leiser gemacht werden. Oder lauter, wenn man von unten nach oben geht. Und das heißt, wir müssen nämlich hier aufpassen. Je weicher diese Flankensteilheit oder je sanfter die ist, desto mehr gehen wir auch noch über diese zentrale Frequenz hinaus. Also bei dieser Flankensteilheit sind wir hier bei 200 Hertz und senken schon 2,5 dB ab. Obwohl der Low-Card eben viel weiter unten ist. Das heißt, man muss hier ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu viel wegschneidet. Ich nehme mal gerne Flankensteilheit von, das sind jetzt 12 dB die Oktave. Man kann auch 24 dB die Oktave nehmen. Und dann sieht man schon, greift er nicht mehr so viel an und schneidet hier auch abrupter weg. Das heißt, achtet so drauf, dass ihr ungefähr in diesem Bereich nicht zu viel wegnehmt. Bei Reezy können wir eben ein bisschen mehr wegnehmen, weil die Stimme eh dünner wird. Bei einer männlichen Stimme ist es so, noch ein ganz kurzer Merksatz vielleicht. Männliche Stimmen können normalerweise nicht unter 100 Hertz sinnvolles Signal produzieren, was wir brauchen. Bei weiblichen Stimmen ist es so um die 150 Hertz. Das heißt, das könnt ihr als Richtwert nehmen und dann passt ihr es eben auf euren Stil an, auf euren Raum, was auch immer dann nervt. Hier hatte ich es jetzt so bei 127, dieser Flankensteilheit und haben dann untenrum alles schön weggenommen, aber eben nicht zu viel. Das war jetzt viel Theorie. Nochmal weiter kurz hier, was ich gemacht habe und warum. Noch kurzer Tipp zum EQ. Ihr seht hier oben übrigens immer so die Frequenzbereiche. Das ist vielleicht ganz gut und die könnten mir besser folgen, wenn ich von tiefen Mitten, unteren Mitten, oberen Mitten und so rede. Also die Low-Mids sind eben in diesem Bereich hier. Und da ist das Räumliche, was wir vorhin schon hatten. Das habe ich jetzt hier nochmal abgesenkt, damit die Stimme noch ein bisschen mehr nach hinten, auch in den Beat gleich geht und einfach nicht so drückend dröhnig klingt. Das können wir auch nochmal anhören hier. Da ist wieder dieses Badezimmer, das wollen wir nicht. Wir können das auch mal im Kontext mit dem Beat hören, dann versteht ihr, was ich meine mit in den Beat reindrücken. Also so wäre es jetzt mit viel unteren Mitten. So, ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. So ist es einfach viel besser in dieser Pocket im Beat drin. Das gleiche haben wir jetzt eben hier noch gemacht mit so anderen störenden Frequenzen in den Mitten. Ähnliche Geschichte. Und was wir hier noch gemacht haben, ist in den höheren Mitten wieder diese Pain-Frequencies, dieses Kreischen, dieses Schs und Schs. Können wir auch nochmal reinhören ganz kurz. Brauchen wir nicht. Die Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Damals habe ich meine Freizeit geopfert. Wir haben gefeiert, wir haben getockert. Von Freitag bis Sonntag habe ich dich geliebt. Brauchen wir auch nicht. Zum Thema Gain-Staging habe ich davor nicht gesagt, ist immer wichtig, wenn wir hier einfach Lautstärke am Signal verändern, müssen wir darauf achten, dass am Ende des Plugins ungefähr dieselbe Lautstärke am Start ist. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel auch 2 dB oben links, seht ihr es wieder 2 dB reingeboostet, weil wir vom Gefühl her ungefähr 2 dB verloren haben. Das checkt ihr immer. Wenn ihr einfach ein Plugin aktiviert und bypassst und dann die Lautstärke sich selbst anfühlt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Und dann hört ihr auch wirklich beim Bypassen und wieder aktivieren den Effekt von dem Plugin und nicht einfach nur Lautstärkeunterschiede, weil fürs menschliche Ohr ist lauter immer besser gleich. Deswegen ist das immer so ein bisschen trügerisch. So, wir haben jetzt unser Signal schon ganz cool aufgeräumt. Das sitzt sehr clean, wirkt sehr ausgeglichen. Jetzt haben wir aber noch ein kleines Tool, was das auch über den ganzen Song garantiert, dass keine Ausbrüche mehr hier und da sind, weil der EQ ist ja sehr statisch. Jetzt haben wir hier noch einen Multiband-Kompressor, ist ein bisschen so eine Secret-Source, die haben wir selbst gebaut hier. Im Patcher, das ist dahinter und was der macht, ist eben in diesen Frequenzbereichen Lows, Mids und Highs dynamisch zu agieren. Ich zeige euch das mal an einem Beispiel hier. Also es ist wie ein Kompressor quasi nur in den einzelnen Frequenzbereichen. So garantiert ihr das, wenn mal mehr Bass drin ist, wenn mal mehr Höhen drin sind, dass das immer ausgeglichen wird und sehr ausbalanciert homogen über den Track hinweg. Hier auch wieder gut die Mitten kontrollieren. Das sind diese weichen Reezy Vocals, die eher so Smiley-mäßig, wenn man sich den Frequenzgang vorstellt, eher so Smiley-mäßig eine Kurve sind. Also untenrum ist die Wärme, in den Mitten ist es eher weniger, um dieses Warme, Saubere zu haben und obenrum dann wieder mehr für diesen Crisp und dieses Luftige. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Ihr hört schon, die Stimme ist nochmal ein bisschen cleaner, nochmal ein bisschen klarer geworden dadurch. Wichtiges Tool einfach, um diesen professionellen Sound über den ganzen Song zu erreichen, ohne eben sehr viel im EQ hier und da cutten zu müssen, weil das macht das ganze Signal unnatürlich am Ende. Bevor wir jetzt zum ersten Kompressor im üblichen Sinne kommen, an der Stelle kurz, also ihr könnt diese Plugins auch bekommen, die wir hier selber gemacht haben. Hier ist noch eine Secret-Source drin, unser Signature, Travis, Rin, Delay und so eine Sachen. Dieses ganze Template mit Adlibs, Backings und Doubles und dem ganzen Zeug hier, den Sound-Effekten, den Routing, den Color-Coding, so wie ihr es jetzt hier seht, könnt ihr sogar mit der Beispiel-Session bei uns im Shop bekommen. Ihr könnt natürlich auch, so gut es geht, hier nachbauen, wie ihr möchtet. Für mehr Sound-Beispiele könnt ihr auf jeden Fall auf der Website mal vorbeigucken, falls ihr da Interesse habt, euch das zu holen. Wir haben übrigens auch noch andere Templates für Cubase, Ableton Studio One, Logic, also guckt gerne mal vorbei, Master-Plugins und so eine Master-Chains und so eine Sachen. Aber jetzt zum Kompressor. Der erste Kompressor ist schon ganz gut am Arbeiten. Nachteil am Flutikompressor, wir haben hier kein visuelles Feedback. Man muss ein bisschen mehr nach Gehör arbeiten. Am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, aber profitiert ihr von, wenn ihr das wirklich beherrscht, weil das Visuelle auch oft ablenken kann. Threshold ist hier so eingestellt, dass jetzt auf jeden Fall schon ordentlich komprimiert wird. Also Threshold ist der Wert, den der Kompressor anfängt zu arbeiten, wenn das Signal den überschreitet, also minus 30 dB, wenn die überschritten werden, fängt der Kompressor mit den anderen Einstellungen an zu arbeiten. Guckt euch an der Stelle gerne auch unseren Guide zum Kompressor an. Haben wir auch den Flutikompressor benutzt und da bin ich jedes einzelne Parameter durchgegangen und habe auch nicht nur mathematisch, so das fachlich erklärt, sondern Merksätze, die eben für jeden zu merken sind und zu verstehen vor allem. Deswegen sage ich da jetzt nicht mehr ganz so viel zu. Die Ratio ist klassische Vocal Comp Ratio, also noch klassischer als 4 zu 1. Also die Attack ist jetzt hier so medium, nicht zu schnell, weil ich möchte noch nicht komplett jeden Transienten da erwischen, jeden Wort anfangen, sondern beim ersten Kompressor geht es mir darum, die Vocal so dynamisch grundsätzlich erstmal ein bisschen näher zusammenzubringen, sodass sie im Beat besser sitzt, drüber steht und die leisen Stellen ähnlich laut sind wie eben die Lauten, beziehungsweise andersrum, dass es sich in der Mitte mehr trifft. Die Release ist dementsprechend schneller, das heißt der Kompressor hört schneller auf zu arbeiten, dadurch wirkt die Stimme weiter vorne und nicht so nach hinten gedrückt. Wir können das ja einmal machen, machen wir nochmal den Beat aus hier. Also, schnelle Attack heißt, Vocal wird nach hinten gedrückt, langsame Attack heißt, Vocal kommt nach vorne, in your face mäßig. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich kann nochmal die Threshold ein bisschen weiter nach unten machen, dann hört man es deutlicher. Also, ihr hört schon, die Stimme wird nach hinten gedrückt, wenn die Attack schnell ist. So, wir waren hier bei ungefähr 40 Millisekunden. Das gleiche mit der Release können wir auch nochmal checken. Lange Release heißt, Stimme wird nach hinten gedrückt, weil der Kompressor eigentlich immer komprimiert. So, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das kann man sich dann noch gut zum Nutzen machen. Und dann haben wir als nächstes schon Fresh Air. Fresh Air mit das geilste Free Plugin für Vocal Mixing. Checkt das auf jeden Fall aus von Slate Digital. Könnt ihr euch einfach gratis runterladen. Braucht noch einen iLog Account dazu, aber kostet auf jeden Fall nichts. Was das macht, ist quasi so ein bisschen analoge Distortion dazu zu addieren. Aber vor allem im Höhenbereich sehr gut klingt einfach. Geiler, als wenn man jetzt ein EQ-Band nimmt und voll reindreht. Weil das bringt eben so Obertöne mit rein. Bei dieser Aufnahme haben wir ein U87 benutzt, was sehr klar schon ist. So sehr kristallig in den Höhen. Das heißt, wir brauchten gar nicht so viel dazu zu addieren. Bei einem NTSA zum Beispiel hatte ich schon Recordings bekommen. Da habe ich wirklich fast bis zu 30, 40 Prozent hier reingedreht. Das müsst ihr dann gucken, wie eure Stimme, euer Mikrofon da ist. Hören wir auf jeden Fall auch mal rein. Also wir machen erstmal Bypass und Active Vergleich. Jetzt einmal ohne. Es ist wirklich sehr sadel hier. Das heißt, wir drehen ruhig nochmal ein bisschen mehr rein. Machen nochmal Bypass, Active. Erstmal ohne. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Also ihr merkt schon, das wird sehr crispy. Die S-Laute werden auch wieder sehr unangenehm. Das heißt, da müssen wir uns gleich drum kümmern. Aber es bringt eben nochmal so ein bisschen Luft rein. Und gerade bei nicht so guten Mikrofonen ist es ein sehr cooles Tool, um professioneller zu klingen. Und daneben natürlich super wichtig, um diesen Weezy Sound zu erreichen. So, kommen wir jetzt zu EQ Nummer 3. Hier haben wir nochmal versucht, die Problembereiche in den Mitten ein bisschen besser zu kontrollieren. Und gleichzeitig aber auch noch ein paar sehr enge Bänder benutzt, um bestimmte S-Laute einzuschränken. Wir können ja auch hier mal in die 6 einfach mal reinhören. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich... Überall so Pfiffe hier, auch die 2 ist das da oben. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch... Das ist so ein Klassiker fürs U87, so 11K rum, halt einfach sehr empfindlich. Und da hört man natürlich dementsprechend auch diese ganzen Frikative, also S, F, V, W, diese ganzen Dinger. Ohne jetzt die Automarke genannt zu haben. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch... So, haben wir das Ganze ein bisschen weicher gemacht. Und an der Stelle kommt dann aber nochmal ein De-Esser, der nochmal mehr Kontrolle reinbringt. Erstmal ohne. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm... Mit. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu... Durch diesen Maximus, dieses Plugin hier, verlieren wir leider auch ein bisschen an einfach diesem Luftigen, weil der funktioniert so ein bisschen anders als ein üblicher De-Esser. Das ist ein bisschen schade. Also wenn ihr da ein De-Esser habt von Waves, von Fabfilter oder so, würde ich die präferiert benutzen, weil die einfach ein bisschen besser klingen und nicht so viel von dem High-End verschlucken. Aber als Stock-Plugin ist das eine sehr gute Lösung, um da einfach wieder reinzugehen. Hier war ich wieder bei 4700 Hertz diesmal. Und ja, das sind so die Einstellungen. Könnt ihr hier auf jeden Fall mal nachmachen. Dann nochmal eine Secret Sauce, der Wider. Oder ein Wider, so ein Stereo-Width-Plugin von Patcher auch. Aber es ist ein Preset in der Feldstudio. Also hier bei die Presets, da habe ich nichts selber gebaut. Das ist einfach nur ein Knob, der das so ein bisschen breiter macht. Wir hören mal rein. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist für... So übertrieben wollen wir das natürlich nicht. Dann wird es so faserig, fazy, unangenehm breit. Warum sch... Aber so ein bisschen ist es echt cool, weil es nochmal mehr mit dem Beat fusioniert dadurch. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel... Die Stimme wirkt einfach nochmal so ein bisschen größer und mächtiger. Dann haben wir hier den letzten Kompressor, der Chain, der jetzt wirklich nochmal ein bisschen mehr Transienten, also so Wortanfänge, einfangen soll, dass dann nicht irgendwie so Ausschläge am Anfang sind. Und andersrum auch Enden von Worten einfach besser kontrolliert, sodass wirklich alles sehr auf einer Linie ist, dynamisch und immer gut zu verstehen an jeder Stelle des Songs. Ich schalte nochmal ein paar Mal an und aus. Vielleicht mache ich das mal mit dem Beat, dann hört ihr, wie der dann auf jeden Fall schon sich besser vom Beat abhebt, ohne jetzt über dem Beat zu liegen mehr. Ich fange jetzt mal ohne an. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel... Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel... Ihr merkt schon, auch diese ganzen Details, diese Fresh Air Sachen, die wir jetzt reinaddiert haben, die werden nochmal schön zum Vorschein gebracht, ohne eben die schlechten Sachen, weil wir die vorher sehr gut kontrolliert haben. Das ist halt immer das Ding bei der Kompression. Ihr hebt natürlich alle Details in der Stimme vor, also alles, was vorher leise war, und dementsprechend auch die schlechten Sachen, aber wenn ihr die vorher sehr gut bearbeitet habt und unter Kontrolle gebracht, dann hebt ihr nur die guten Sachen hervor und das haben wir hier jetzt erreicht und das wollt ihr eben immer. Und jetzt haben wir einen schönen, crispy, volle Stimme. Und jetzt geht es natürlich noch an die Effekte, die sehr wichtig sind bei so einem Reezy Sound. Bevor wir jetzt zu Delay und Reverb direkt kommen, auch quasi als Send-Effekt, habe ich hier parallele Kompression und parallele Distortion. Parallele Kompression dickt die Stimme eben nochmal an. Also das ist bei Reezy dieses vermeintlich dünne, weil die Stimme ist ja schon sehr, fast schon telefonisch, sehr viel weggeschnitten unten, aber wirkt trotzdem nicht so schwach und dünn. Und das kann man sehr gut mit paralleler Kompression erreichen. Dadurch, dass wir jetzt hier alles schön sauber gemacht haben auf dem Main Vocal Bass, können wir jetzt eine Kopie hier zu dem Parallel-Kompression-Bus schicken. Hier seht ihr, es ist voll reingeschickt. Und hier ist einfach nur ein Kompressor drauf, da oben ist er. Und hier seht ihr, Attacks auf 0. Release ist relativ schnell, damit er nicht irgendwie zu lange braucht, um aufzumachen. Aber vor allem die Attack sehr schnell, das heißt, es wird voll komprimiert. Threshold ist sehr niedrig, Ratio ist sehr hoch, fast schon Limiting, fast schon 10 zu 1. Dementsprechend auch viel Ausgleichs-Gain. Und ich habe hier unten nochmal so leicht ab 8,5K 2 dB reingedreht in die Höhen, weil das ist ja alles sehr stark komprimiert und sehr clean. Und das können wir noch so ein bisschen crispier machen. Und dann ist es wichtig, das leichter zuzumischen. Also ich zeige euch mal, wie ich das jetzt dazu drehe, wie das einfach so Buddy in die Vocals bringt und noch mehr Kraft, ohne eben rumblig, räumlich, mumpfig, was auch immer, zermatscht zu werden. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Also völlig übertrieben da oben natürlich, aber ihr merkt den Effekt. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich... Ihr habt jetzt auf jeden Fall auch den Lautstärkeunterschied gehört, das heißt, so richtig genau den Effekt zu beurteilen, ist schwierig. Aber ich glaube, man merkt es schon. Ich lasse das mal hier unten ungefähr und aktiviere und bypass das und ihr merkt, wie die Stimme einfach klarer und voller wird, wenn es an ist. Ohne? Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Machen wir das gleiche mal mit dem Beat. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Damals habe ich meine Freizeit geopfert, wir haben gefeiert, wir haben getockert. Von Freitag bis Sonntag habe ich dich geliebt. Also es ist einfach wieder viel verständlicher, ohne so doll über dem Beat zu stehen oder so rauszustechen. Absolut geile Methode, um einfach diese Kraft in die Vocals zu bringen. Dann haben wir hier noch die parallele Distortion. Diesmal jetzt hier so ein Destructor Plugin Preset. Und zwar, was die macht, ist, wieder Obertöne zu addieren, ähnlich wie Fresh Air, nur noch so ein bisschen mehr Crunch, also auch in den Mitten ein bisschen mehr. Und ich habe die Höhen hier nochmal geboostet sogar. Und davor aber noch ein EQ und wollte alles Unangenehme hier raus. Also gerade in den Mittenbereichen die klassischen Problemfrequenzen, hier so ein S-Laut-Geschichte. Das habe ich alles nochmal ein bisschen aufgeräumt. Das können wir jetzt auch nochmal reindrehen und hören, wie das klingt. Das ist wie so ein Biss, so ein bisschen so eine Aggressivität in die Stimme. Wir hören mal rein. Hören nochmal ohne Beat zuerst. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Es schluckt so ein bisschen Verständlichkeit auf diesem extremen Level. Deswegen muss man da auch sehr aufpassen. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Aber wieder so leicht reingemischt bringt es genau das, was wir noch brauchen, um so ein bisschen diesen Biss eben reinzubringen. Machen wir nochmal mit dem Beat. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Es ist sehr subtle, also schwer zu hören, wenn man noch nicht so ein trainiertes Ohr hat. Aber ich denke, ohne den Beat habt ihr es auf jeden Fall wahrnehmen können. Auch cooles Tool, coole Methode, um deinen Vocalsound ein bisschen professioneller klingen zu lassen. Mit einfachsten Mitteln. So, und jetzt zu den wirklichen Effekten. Reverb, Delay. Das ist mein Longverb, Shortverb und eben unser Signature, Travis, Rin und auch Reezy, Delay. Dieses Chorusige. Also es ist im Prinzip einfach nur so ein eingeschränktes, im Frequenzbereich eingeschränktes, sehr schnelles Delay, wie wir hier sehen. Leichten Reverb noch drauf und ein bisschen komprimiert und dann vor allem eben Chorus drauf, was so das Wichtigste ist. Wir machen mal die Stimme Solo. Wir drehen es jetzt mal da rein. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse, doch das ist wirklich zu viel. Ja, John, das ist natürlich kein Effekt, den man die ganze Zeit spielen lässt. Da gehen vor allem hier die Ad-Libs rein, Backings ein bisschen, Doubles gehen in nichts rein, die bleiben immer trocken. Aber genau, das ist für Ad-Libs vor allem ein cooler Effekt. Aber wir wollen den natürlich auch auf den Mains haben und ich zeige euch nochmal die Stelle, wo es relevant ist. Und zwar, das ist hier. Dieses Feel habt ihr gehört. Bevor ich euch das zeige, die wirkliche Source, noch kurz zu den klassischen Reverb und hier Geschichten. Wir haben ja einmal einen längeren Reverb, unbedingt immer abschneiden, unten so mindestens 300 Hertz, wenn nicht sogar noch mehr, weil alles untenrum macht euren Mix muddy und nehmt so diese Klarheit weg, die ihr bei diesen Reezy Vocals unbedingt braucht auch. Wir hören da einmal rein. Ich mache mal wieder das andere hier aus. Und was ihr jetzt noch hören konntet ist, der Reverb war irgendwie ein bisschen wie so ein Delay, so ein bisschen versetzt. Woran das liegt, ist am Pre-Delay hier, das heißt bei FL Studio nur Delay. Das ist hier bei 65 Millisekunden, ist relativ lang. Da müsst ihr aufpassen, dass das mit eurem Songtempo und so nicht irgendwie clasht. Aber das bewirkt eben, dass die Hallfahne erst nach 65 Millisekunden eintritt, beziehungsweise die erste Reflexion. Also, dass der Reverb einfach anfängt nach dieser eingestellten Zeit hier. Wir können das auch mit dem Tempo sinken sogar. Ich habe es jetzt aber free gemacht, nach Gefühl. Dann ist der sehr groß. Diffusion ist ein bisschen runtergenommen. Das heißt, man hört ein bisschen mehr das Räumliche, so die einzelnen Wände, die einzelnen Abpraller quasi. Dann wet komplett hoch. Bei FL kann man sogar hier da oben links, seht ihr es wieder, auf 125 Prozent gehen. Und auf jeden Fall dry runter, weil es ist ein Senteffekt. Wir wollen keine trockene Stimme dadurch, wir wollen nur den Effekt. Hier noch ein bisschen stereo separated, dass es ein bisschen breiter kommt. Und dann vor allem die Zeit hier noch wichtig, die Decay, also die ist bei drei Sekunden. So ab drei Sekunden habt ihr diesen klassischen langen Reverb-Sound vom Gefühl her. Dann haben wir hier den Short Verb. Der bringt einfach nur so einen räumlichen Eindruck. Man hat ja das Gefühl bei Reezy, die Stimme ist irgendwie super wet die ganze Zeit, aber irgendwie trotzdem super verständlich und nicht wischiwaschi. Das liegt, würde ich sagen, daran, dass vor allem auch ein kurzer Reverb benutzt wird, der so einen räumlichen Eindruck bringt. Wir hören hier auch auf jeden Fall mal rein. Schicken da mal ordentlich was rein auch. Und das finde ich zu dieser klassische, ja, Reezy, Travis, Rin-Sound, vor allem auch auf Ad-Libs viel, aber auch so ein bisschen auf den Mains, um die da so in den Beat einzupflegen. Und hier auch erstmal wieder abgeschnitten, oben und unten rum. Und dann seht ihr schon, sehr kleiner Raum, wenig Diffusion, also vier Wände, wie so ein Badezimmer wirklich. Und Decay ist bei 0,6 Sekunden, auch wieder ein bisschen stereo separiert. Und da kriegt ihr halt so einen ganz geilen, ja, eben diesen Sound. Diesen sehr kleinen räumlichen, realistischen räumlichen Sound. So, und die Main wirkt jetzt, wie gesagt, eigentlich ziemlich trocken. Und man denkt so, ja, irgendwie ist das noch nicht so richtig fertig. Aber wenn jetzt diese Highlight-Effekte, diese ganzen Delay-Sachen und so, die ja immer in Reezy-Songs plötzlich reinkommen, dazukommen, wirkt das Ganze schon viel geiler. Wir können hier tatsächlich noch ein bisschen mit den Reverbs trotzdem rein, würde ich sagen. Das ist wirklich zu viel. Damals hab ich meine Freizeit geopfert. Wir haben gefeiert, wir haben getockert. Von Freitag bis Sonntag hab ich dich geliebt. Und jetzt zur Secret Sauce Sauce Sauce. Ein Workflow, den ich selten gesehen hab, dass ihn jemand gezeigt hat. Ich hab den, ich weiß leider den Namen nicht, sonst würde ich jetzt Shoutouts geben von einem Mixing-Engineer-Produzenten Deutschrap im Deutschrap-Bereich. Aber das sind so, also er hat sich Throws genannt, glaube ich. Ich glaube, man nennt sie so auch so Throw-Channels, also reinwerfen quasi. Weil man wirft diesen Effekt rein. Und es erspart euch einfach diese übertriebene Kack-Automationsarbeit mit so Reverbs und Delays. Einfach immer das letzte Wort zu automatisieren. Hier soll der Reverb hoch. Braucht ihr nicht. Ihr macht einmal, wie jetzt beim Send-Effekt, hier so ein Channel-Ready. Hier mit einem kleinen Reverb auch drauf. Und hier mit unserem Travis-Delay nur so ein bisschen abgeändert. Und dann habt ihr den hier als normalen Audio-Channel. Und kopiert einfach, wie wir es hier sehen, kopiert ihr einfach das letzte Wort, was ihr eben jetzt im Delay in dem Fall haben wollt, kopiert ihr da rauf. Könnt dann hier mit dem Clip-Gain die Lautstärke einfach anpassen. Und müsst überhaupt nichts automatisieren. Das dauert zwei Sekunden, sind zwei Klicks. Ah, hier wich den Effekt drauf, zack, kopieren, rüber. Könnt's ja auch nochmal machen. Also, ne, so, dass man denkt so, ah geil, hier ist der Effekt cool. Doch, das ist wirklich zu viel. Da ist eine Lücke. Was können wir da reinmachen? Nehmen wir das Feel einfach. Hier, Shift gedrückt halten. Loslassen und runterziehen. Ja, wir wollen's auf diesen Channel routen. Und jetzt haben wir schon das hier. Doch, das ist wirklich zu viel. Seht ihr? Ich kann's mal solieren einmal. Viel, viel, viel. Und wirklich, Sekunden. Geht über den ganzen Song und habt wirklich diese geilen Highlights schnell kreiert. Ich hab dasselbe hier auch nochmal zum kurzen Reverb gemacht. Den können wir auch einmal zeigen. Da hab ich was runtergepitchtes genommen aus der Stimme. Ad-Libs und sowas zeige ich euch jetzt nicht von der Chain her. Aber die sind diesem Break auch wichtig. Die klingen hier so. Und das ist halt parallel in diesem Reverb noch drin. Das bringt so ein bisschen Text her. Ich mein, ihr kennt ja die Weezy Sounds. Deswegen. Zusammen mit diesem Effekt und den Main Vocals. Hier so ein Reverse-Ding noch. Kann man die Doubles hier und die Backings anmachen. Klingt dann so. Bevor wir uns jetzt nochmal alles anhören. Vorher-Nachher-Vergleich. Lege ich euch natürlich ans Herz nochmal zu liken und gerne zu subscriben. Wenn euch das weitergeholfen hat natürlich. Und auch nochmal an der Stelle. Also dieses Template mit der Beispiel-Session. Und noch viele mehr für andere DAWs. Fürs Mastering. Bekommt ihr für wenig Geld auf unserer Website. Guckt da also gerne nochmal rein. Wenn euch das interessiert. Baut aber auch gerne nach, was ihr jetzt hier gesehen habt. Ich hab natürlich nicht alles gezeigt, weil es einfach ein bisschen den Rahmen gesprengt hätte. Aber genau. Ein bisschen was könnt ihr bestimmt mitnehmen. Gerade von der Main Vocal Chain. So, jetzt ist einmal alles aus. Wird unangenehm klingen. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse. Doch das ist wirklich zu viel. Damals hab ich meine Freizeit geopfert. Wir haben gefeiert. Wir haben getockert. Von Freitag bis Sonntag hab ich dich geliebt. Lustig. Aber hat Potenzial, wie wir wissen. Wir machen mal alles wieder an. Und bitte. Warum schaust du öfter auf meinem Bildschirm als auf deinen eigenen? Ich habe keine Geheimnisse. Doch das ist wirklich zu viel. Damals hab ich meine Freizeit geopfert. Wir haben gefeiert. Wir haben getockert. Von Freitag bis Sonntag hab ich dich geliebt. Und sonst bleib fleißig. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.